Wasserstrahl aus die Tänzen. Welchen Moment deine Aufnahme zeigen? Kann ich ihr auch mal auf dem Video zeigen, hier auf meiner Seite. Also ich sag mal ehrlich, so wie die sich benehmen, fühlen sie sich wohl. Ja, cool wohl. Keine Angst, keine Angst. Keine Panik, für die ist das Paradies-Moment. So konnten sie sich noch nie bewegen, in ihren paar Tagen, die auf der Welt sind. Wer ist denn auf die Idee gekommen eigentlich? Na ich so, weil ich sehe gerade in die Welt, mit Idee gewesen, ja. Die wollen bestimmt ja auch nicht mehr raus, ey. Die wollen bestimmt ja auch nicht mehr raus, ey. Schau mal, alles was sich bewegt. Völlig im Visier, da hat nichts anderes, keine. Hast den Fokus, ja? Der wohl macht das alles, ja. Wenn der könnte, wie er wollte. Wo sind die, äh, die Wilder denn jetzt sind? Ja? Ah, da ist er, da kommt sie ja. Auf den Degen ist es ein bisschen schwer zu erkennen. Wie sieht man da alles? Ja. So. Ja.